Ich sende einen Kutz an meine liebste Freundin Maria nach Italien. Meine Heimat. Ich hoffe, die Zeit wird immer nur besser dort wie auch hier und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen. Das letzte Mal war genau hier in Mainz im Dezember und es war eine sehr sehr schöne Zeit, wo wir uns alle noch umarmen und miteinander in der Nähe sein dürfen und bald hoffe ich, dass es wieder möglich ist. Entweder hier oder dort. Maria Rabemenimklenat.